Heute ist ein ganz besonderer Tag, meine lieben Zuschauer, denn die Sonne knallt mir ins Gesicht. Heute ist ein besonderer Tag, denn meine Mutter, sag mal hallo, 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 der habe ich eine Überraschung organisiert und sie hat keine Ahnung, wo wir hinfahren, überhaupt gar keine, aber ihr werdet jetzt mal mitkommen und ich bin gespannt, wie meine Mama reagiert. Bist du sehr gespannt darauf, was auf dich zukommt. Du hast ja immer so eine Tonne Überraschungen. Das ist deine Überraschung. Ja, super. Eine Stunde Ausritt. Eine Stunde Ausritt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist jetzt schon bestimmt 30 Jahre her. Ja. Was sagst du dazu? Hast du aufgeregt? Ja, das ist ein ganz Liebespferd. Guck mal, wie sie grinst so. Oh, ich kann mich halten. Oh. Und dagegen halt auch immer noch hoch. Ja, also auch den Stuhlbaum. Total gelassen. Genau. Und dann mit dem Fuß in den Bögel, richtig? Ja. Das erste Mal seit Jahren. Ja. Jetzt hoch. Genau, jetzt hoch. Na siehste. Super. Yay. Na, geht's euch gut in der Sonne? Na? Alles muh bei euch? Verstanden? Wortwitz. Oh, was ist das denn? Da ist ein Pferd. Ne? Habt ihr nie gesehen? Die sind braun. Die geben Kakao-Milch. Für alle Zuschauer. Nicht. Hä? Ja, die Ara ist jetzt nicht da. Da tut mir leid. Ne? Tut mir leid. Ich bin nur wegen dem Pferd hier. Aber ihr seid auch hübsch, ne? Ich liebe Kühe. Ne? Ja. Die Tiere lieben mich. Ich kann nichts dafür. Da muss ich immer wegrennen. Weil die so... Oh Gott. Und jawoll. Geschafft. Und wie fühlen sie sich nach 80 Jahren nicht reiten. Und dann jetzt. Schön. Du bist so süß mit dem Helm, ne? Du bist so süß. Das sieht man dir richtig... Das sieht man dir richtig an, ey. Und war schön? War gut, ja. Ich komm wieder. Ja. Du lässt doch immer die Leckerchen fallen. Boah. Ja, der ist vielleicht nicht wohl. Ich guck mich noch nicht gedrissen. Guck mal da. Ja, guck mal. Lam, lam, lam. Ich guck mich noch. Wir haben da eine Storchen. Ich guck mich noch. Hier ist noch sehr schön. Cool? Eine ganze Tache bleiben, ey. Das ist lecker, ne? Das schmeckt. Und frisches Wasser. Ja. So, meine liebe Mutter. Wie fanden Sie das? denn diese Überraschung hier? Oh, wir sind, warte, wir sind ganz, wir sind so, jetzt, wie fanden sie diese Überraschung? Ganz toll, ich habe mich sehr darüber gefreut. Ja, wie hast du dich gefühlt nach so vielen Jahren Reiten? Ja, war mal wieder schön gewesen, auf dem Pferd zu sitzen. Ja, warum ist das so dunkel, Mann, ich hasse das so. Ja, war toll. War sehr schön. Ja. Angenehmes Pferd. Und sie findet Didi süß. Ja, Didi ist ganz lieb. Didi ist ganz lieb, ja. Die heißt eigentlich Diana, aber die rufen die alle Didi. Didi. Didi das Pferd. Didi das Pferd, genau. Nein, ich möchte mich recht herzlich bei dir bedanken. Oh, guck mal, ich kriege ein Kussi von meiner Mutter. Das war das Geburtstagsgeschenk und sie hat sich mega dolle gefreut und bis demnächst. Bis demnächst, Leute. Tschüss. Das war das Geburtstagsgeschenk.